Hallo und herzlich willkommen zur vierten Woche des Kurses FIT für den Hochschulalltag. In dieser Woche erklären wir euch wichtige Begriffe für die Organisation eures Studiums. So ist ein Studienjahr in zwei Semester eingeteilt und man muss sich für ein Studium immatrikulieren und für weitere Semester zurückmelden. Wusstet ihr das? Außerdem entstehen Kosten. Doch welche Kosten sind das und wofür? Diese und andere Fragen klären wir in dieser Woche. Wir wünschen euch viel Spaß dabei. Untertitelung des ZDF für funk, 2017